Was gibt es besser als Fischen? Ich kenne nicht viele Sachen. Es wird nie fad. Auch wenn du oft im Teich bist. Einfach das draußen gnotzen, wenn du zwischendurch wenigstens irgendwas fragst. Nix anders auf dem Planeten kann mir das geben, was mir das Fischen gibt. Das ist das Resümee von allem eigentlich. Von der ganzen Ranzerei, von der ganzen Jubelei, von den ganzen Siegen und von den ganzen Beißen-Niederlagen. Im Endeffekt gäst du nur, weil es nichts anderes gibt, das mit dem zu vergleichen ist. Auch wenn du mitten in der Stadt bist. Es ist die erfunden Freiheit. Zumindest die eingebildete, suggerierte Freiheit. Für 48 Stunden frei. Karpfen fischen. Eigentlich unbeschreiblich. Karpfen fischen. 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 Vielen Dank.